Wenn es geht, gerne lokale Produktion mit lokalen Firmen und das heißt, dass wir können da einen persönlichen Kontakt aufbauen. Das heißt, ich kann auch in die Studios gehen, kann dann mit den Leuten entsprechendes Briefing machen. Meine Erfahrung ist, dass im Gegensatz zu den großen Produktionen, die mit vielen Interaktionen arbeiten müssen, das kalkulieren müssen, es ist bei uns mehr streamlined, also first hit must fit. Also ich arbeite eigentlich schon mit Regie, Kamera, Ausstattung. Wir arbeiten früh mit Reviews, manchmal roh und machen Feedback, dass wir eigentlich dann wirklich ins Ziel reinarbeiten. Das ist eine Möglichkeit, mit kleineren Budgets auch schöne Sachen zu machen. Wir sind in der vierten Staffel, die wird jetzt gerade gedreht. Wir haben da großes Glück, dass wir drehen mit baltischen Produktionspartnern zusammen. Die sind sehr gut in der Ausstattung, also viel im Studio wird dort vor Ort gedreht. Das macht auch ein sehr hohes Produktions-Value. Und wir haben eben inzwischen ein eingefahrenes Team an Postlendoren oder Einwender, der uns eben hilft, immer die VWX umzusetzen. Und da fangen wir sehr früh in Gesprächen an. Ich kenne Regisseur auch sehr gut. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Wenn das Budget drüber geht, kriegen die frühzeitig von mir ein Signal. Und dann setzen wir uns zusammen und machen Entscheidungen. Und das sind meistens Entscheidungen, wo eben klar gesagt wird, wenn wir wollen, dass das gut wird, dann verzichten wir darauf. Und manchmal, wenn es nicht geht, setzen wir uns wirklich hin und überlegen, was können wir machen, um noch mehr Production Value rauszubekommen. Ich glaube, ich wäre der Grüne, der Adjutant von dem Kaiser, genau, der die Hand verloren hat. Und im Hintergrund die Fäden zieht und hilft. Das ist so ein bisschen meine Rolle, würde ich fast sagen. Ich glaube, ich werde rot gerade. Ich habe tatsächlich irgendwann auch mal eine bewusste Entscheidung getroffen, hier zu bleiben, in diesem Umfeld. Ich finde, es hat sich extrem weiterentwickelt. Also als ich angefangen habe, also ich hatte schon über 30 Jahre, da gab es kaum große Firmen. Das war alles eher Werbung. Pipeline war wirklich ein Fremdwort. Das hat sich in den letzten Jahren alles sehr entwickelt. Also ich sehe nicht, dass wir in irgendeiner Form da hinterher stehen. Hat auch damit zu tun, dass es einen Austausch gibt. Also dass Leute von hier in alle Welt gegangen sind, aber inzwischen auch schon wiedergekommen sind. Ich habe mal ein Studio aufgebaut in Berlin. Damals mussten wir nur sehr viele Leute aus dem Ausland reinholen, um große Renderfarms auszubauen. Da gab es die Expertise hier nicht. Das wird jetzt alles hier selber gemacht. Ich merke auch, dass es grundsätzlich ein Interesse gibt an neuen Technologien auch in der deutschen Produktion mit kleineren Budgets. Das ist eigentlich der Bereich, in dem ich viel arbeite.